Allegra und guten Tag zusammen. Mein Name ist Roman Kappeler, ich bin verantwortlich für die Kommunikation bei Kablex und nehme Sie heute mit auf eine Reise durch meine Herzensregion, die Lenzer Heide in Graubünden. Als führende Anbieterin von Netzinfrastrukturprojekten und Servicedienstleistungen vernetzen wir die Schweiz. Egal wie hier auf 2.900 Meter Höhe auf dem Parpaner Rothorn oder im Schweizer Mittelland. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen zur Verfügung, ob es Energieprojekte sind, Netzinfrastrukturprojekte der Telekommunikation oder Smart Energy Projekte. Die Geschichte von Kablex startet im Jahr 2001. Vom ersten Fiber-to-the-home-Ausbau, also Glasfaser, bis nach Hause, über die Einführung eines neuen Lehrberufs als Netzelektriker in Netzelektriker EFZ bis zur Übernahme des Customer Field Service Bereichs von Swisscom sind wir stetig gewachsen. Heute stehen Ihnen zweieinhalbtausend Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zur Verfügung, die für Sie die Schweiz vernetzen. Was mir bei Kablex am meisten Spass macht, ist der Austausch mit Menschen. Gute Gespräche, spannende Themen und zufriedene Kundinnen und Kunden treffen, das spornt an. Ein Highlight war natürlich die 20 Jahre Feier von Kablex, die wir zusammen mit Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Lieferanten im Jahr 2022 feiern durften. Neue Gesichter zu sehen, Geschichten zu hören und Emotionen zu schaffen, da springt das Kommunikationsherz, das treibt uns an. Freut mich, Sie auf die kleine Reise mitgenommen zu haben und Ihnen zu zeigen, was Kablex fähig ist zu leisten. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder rufen Sie uns an. Wir vernetzen zusammen mit Ihnen die Zukunft. Mehr Informationen auf www.kablex.de www.kablex.de www.kablex.de